Einige Leute kamen sich noch und schattig waren und das war nicht einst grad so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer und dann müsst ihr wissen, was ich tu. Und wenn ihr Geld hatte und wenn ihr nett war und ihr Kragen war, da fällt auch so ein. Und wenn ihr wusste, was sich bei einem Dame schickt, da sagte ich ihm nein. Da bin ich jetzt von seinem Kopf wohnen und verbleibt ganz argerein. Sich erschütten und die ganze Nacht, sich und das Wort auf den Pest gemacht. Aber weiter kann ich sein. Ja, da kann man sich doch nicht erheben. Ja, da muss man katt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen. Ach, da geht's überhaupt nur rein. Der erste, der kommt ein Mann als Kind, der war wie ein Mann sein soll. Der zweite, der hatte drei Schiff bei Haft und der dritte war noch mehr toll. Und als sie Geld hatten und als sie nett waren und ihr Kragen war, da fällt auch so ein. Und als sie wusste, was sich bei einem Dame schickt, so sagte ich ihnen nein. Ja, da fällt mir jetzt von meinem Kopf wohnen und ich blieb ganz argerein. Sich erschütten und die ganze Nacht, sich und das Wort auf den Pest gemacht. Aber weiter konnte nicht sein. Ja, da kann man sich doch nicht erheben. Ja, da muss ich katt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen. Ach, da geht's überhaupt nur rein. Der Tag eines Tags und der Tag war blau, kam einer, der mich nicht bat. Und er hängte seinen Hut an, die lag in meiner Kammer. Und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und dass er kein Geld hatte und dass er nicht nett war. Und sein Kragen war auch am Sonntag nicht rein. Und dass er nicht wusste, was sich bei einer Dame schickt. Zu ihm sagte ich nicht nein. Ich habe jetzt meinen Kopf nicht oben und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schüttelt und die ganze Nacht. Ach, es hat das Wort auf den Pest gemacht. Und es konnte gar nicht alles sein. Ja, da muss man sich doch einfach nicht erheben. Ach, der Kunde kann nicht anders sein. Ja, da muss man sich doch viel geschehen. Ach, da gab's überhaupt kein Nein. Amen. Amen. Amen.